Mietvertrag Eine Wohnung zu mieten ist in Deutschland seit langem die gängigste Wohnform. Damit sowohl Mieter als auch Vermieter ihre Rechte und Pflichten kennen und im Bedarfsfall auch durchsetzen können, braucht es ein Dokument, das diese regelt. Den Mietvertrag Der Mietvertrag ist also ein gegenseitiger Vertrag, der wechselseitige Pflichten beinhaltet. Häufig ist das ein seitenlanges Dokument. Aber das muss nicht so sein. Was in einem Mietvertrag steht, können die jeweiligen Vertragspartner grundsätzlich frei entscheiden. Er lässt sich sogar mündlich abschließen. Allerdings ist der Verzicht auf ein Schriftdokument nicht ratsam. Ein mündlicher Vertrag hätte nämlich zur Folge, dass die gesetzlichen Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuches gelten, sollte nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden sein. Für den Vermieter hieße das zum Beispiel, dass seine Mieter weder für Schönheitsreparaturen noch für die Zahlung von Nebenkosten verpflichtet wären. Deshalb wundert es nicht, dass in der Praxis kaum mündliche Mietverträge anzutreffen sind. Angaben, die in einem Mietvertrag grundsätzlich nicht fehlen sollten, sind Wer ist Mieter und Vermieter? Welche Wohnung oder welches Haus wird vermietet? Wann beginnt das Mietverhältnis? Wie hoch ist die Miete? Wie werden Betriebskosten verteilt und abgerechnet? Wer übernimmt Schönheitsreparaturen und Verkehrssicherung, also beispielsweise Schneeräumung? Die meisten Mietverträge beinhalten darüber hinaus weitere Informationen, wie die Höhe der Mietsicherheit, auch Kaution genannt, einen Kündigungsrechtsausschluss, den zulässigen Gebrauch der Wohnung, eine Hausordnung und Regelung zu Kleinreparaturen. Weil der Mieter von Gesetzes wegen das Recht hat, bei Sachmängeln eine verminderte Miete zu zahlen, muss diese sogenannte Gewährleistungsvorschrift nicht explizit aufgenommen werden. Das Mietrecht sieht außerdem bestimmte Sondervorschriften für Verträge über die Vermietung von Wohnraum vor. Sie sollen den Mieter vor unverhältnismäßigen Mieterhöhungen sowie ungerechtfertigter Kündigung schützen. Beispielsweise darf der Vermieter nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Was ein berechtigtes Interesse ist, regelt § 573 Absatz 2 des BGB. Mietverträge können in unterschiedlichen Formen geschlossen werden. Ein unbefristeter Mietvertrag oder auch Zeitmietvertrag beinhaltet kein konkretes Enddatum für das Mietverhältnis. Während beim befristeten Mietvertrag die Dauer des Mietvertrags festgeschrieben ist. Dabei muss der Grund der Befristung im Mietvertrag genannt werden. In einem Dauermietvertrag räumt der Vermieter seinem Mieter ein Dauernutzungsrecht ein, was vor allem bei Wohnungsbaugenossenschaften sehr oft vorkommt. Ein Untermietvertrag regelt ein Mietverhältnis zwischen Hauptmieter und Untermieter. In einem Staffelmietvertrag wird die prozentuale Mietsteigerung innerhalb eines festgelegten Zeitraums vereinbart. Bei einem Indexmietvertrag darf die Miete an den jährlich vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex angeglichen werden. Kündigungsfristen für Mietverträge sind gesetzlich festgelegt. Die übliche Frist für Mieter beträgt drei Monate, inklusive einer Karenzzeit von zwei oder drei Tagen. Eine längere Kündigungsfrist ist gesetzlich ausgeschlossen. Die Kündigungsfrist für Vermieter verlängert sich nach fünf Jahren auf sechs Monate und nach weiteren drei Jahren auf neun Monate. Die Fälligkeit der Mietzahlungen wird ebenfalls im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Sie ist demnach zu Beginn, spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist. Der Samstag gilt dabei nicht als Werktag. Das war's für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und lass einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal!